Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu Minecraft. So lange waren wir gar nicht über die Zeit beim letzten Mal. Wir waren genau bei 15 Minuten und 13 Sekunden plus noch Outro. Also war das noch alles im Rahmen. Ah, hier sind wir dann. Er empfiehlt eh noch irgendwas. Und so wirklich was hinmachen will ich nicht. Da könnte man ja ein schönes Glasdach machen. Bin ja immer so ein Fan von Glas. Aber das wäre doch alles eigentlich im Rahmen. Wie viel haben wir denn dazu Platz? Ach, da ist noch einiges Platz zum Wasser. Ja, das passt. Das gefällt mir. Fast wackelt und hat Luft. Und dann machen wir hier einfach jetzt weiter. So, also Markierungsstein bleibt der da oben. Wir hacken uns mal hier weiter rein. Aber von unten bitte. Also das wird jetzt so breit. Mindestens eine zwei breite Wand möchte ich dazwischen haben. Ja, doch. So. Das ist eins breit. Zwei breit. So. Zip, 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 zip. So, das her ist weg. Das heißt, hier kommt die richtige Wand hin. Zwei weit. Ja, egal, komm. Nicht so knausrig mit den Cleanstones. Ja, schönes Lied. Passt nur nicht. Das ist nicht gerade. So. Ah, hack, hack, hack. Ich hätte natürlich auch, ne, Sprengstoff haben wir nicht. Wo wir übrigens wieder bei der zweiten Monsterfalle wären. Ich habe noch eine andere Variante, ja, wie man auch Monsterfallen bauen kann. Die habe ich auch damals im Tutorial, ja, das habe ich schon raus, ähm, im Tutorial erwähnt. Oder gezeigt. Und mir quasi eine selbst ausgedacht. Eine, die ich nicht irgendwo schon gesehen habe. Warte. Danach habe ich sie woanders schon gesehen. Also war ich nicht der einzige kluge Mensch, dem das eingefallen ist, dass man Monster auch so fangen kann. Also will ich ja hier mir auch gar nicht, ähm, mir auch gar nicht so viel Credit geben, dass ich hier der übelste Typ bin. So. Das dann so. Können wir dieses Ding auch weiterführen lassen. Und ab hier schon führen lassen. So. Dann machen wir das nämlich so. Machen wir da zwei Fackeln. Da zwei Fackeln. Doch. Ne, doch, ne, doch, ne, 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 doch, doch. Machen wir das weg. Nicht durchgehend, sondern so. Das ist quasi so ein Auffangbecken. So als großes, weiß ich nicht, was das heißt im architektonischen Sinne. Vielleicht gibt es sowas auch gar nicht so. Wie breit ist denn das jetzt hier links? Eins, zwei, drei, vier. Und das muss noch weg. Das ist die Wand. Eins, zwei, drei, vier. Und dann kommt die Wand. So, das heißt grundsätzliches, naja, grundsätzliche Fläche. Das heißt, das Ding muss ja mindestens quadratisch sein, damit ich das schön finde. Ihr wisst ja, wie ich gerne quadratische Dinge eigentlich liebe. Meistens, naja doch, meistens versuche ich es so zu bauen. Manchmal funktioniert es nicht. Manchmal bin ich einfach nur zu faul zum zählen oder zu dumm zum zählen. Das ist ja auch schon ein-, zweimal passiert. Bei der Monsterfalle ist es mir passiert, dass ich mich verzählt habe zweimal. Aber Sheet Happens. Dann lieber zweimal zählen. So. Dann das weg. 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 So. Am Anfang jetzt erstmal mit Clean Stones alles. Das wird sich auf jeden Fall noch ändern. Die Decke lasse ich auch erstmal ungestaltet. Das ist alles auf einer Höhe, ja. Verdammt. Ja. Also langsam gehen meine Diamantenwerkzeuge den Geist auf. Aber ich glaube, ich habe ja noch die vom Let's Play Together gesaved. Außerdem haben wir noch genügend Diamanten. Zur Not. Gehen wir mal. Wir könnten ja eigentlich auch. Ja, das wäre aber, glaube ich, hier zu viel Aufwand. Bis auf Höhe 16 runtergehen, damit wir den Gang, also, oder die Gänge, die wir dann graben, später so dumm betonen können. Nein, ähm, damit wir alle Gänge, die mit der Bahn zu tun haben, dann immer auf der Höhe hier bauen. Also auf Höhe 16, nicht auf der Höhe, weil hier sind wir auf Höhe 61. Dann wäre es zumindest eine gute Idee, die so tief zu machen. Nur, das wäre nicht mehr effektiv. Aber da fährst du mehr hoch und runter, als du schräg und links fährst. Dann ist Laufen nämlich schneller. Ich meine nur Laufen, nicht mal Rennen. Hä? So. Na, das wollte ich eigentlich nicht. Alter, schreckliche Geräusche. Okay. Fackelstellung wird geändert. Zack. Dann gibt es hier keine Mitte, oder? Eins, zwei, drei, vier. Ja, vier und vier und nochmal vier. Sinn? Zwölf. Unfassbar. Verdammt. Richtig. Verdammt. Richtig. Super. Und dann nochmal hin. Und komm her. Warum springe ich da? So, das sind jetzt eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Zwölf. So. Komm mal weg. Klick, klack, klack. Da geht's auch. Zwölf. So, wir sind mal bei zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Neun, zehn, elf, zwölf. Und Eisen gefunden. Könnt man einen Eisengolem bauen. Was ich auch schon, glaube ich, ewig mache. Ich habe, glaube ich, noch nie sonst einen gebaut, außer der Preview, wo ich euch gezeigt habe. Ja, und dann nochmal in einem Tutorial habe ich versucht, eine Monsterfalle mit Eisenengolem zu bauen. Das geht an sich auch, nur das Problem ist, so wie ich es mir vorgestellt habe, ging es nicht. Also, nicht so gut. Nicht effektiv. Das ist das andere effektiver, ohne Eisenengolem. Die Frage, wie man das macht, ist, den direkt ins Wasser stellen, vielleicht. Dass er quasi einfach dort halt alle tötet. Wer da nicht rauskommt, quasi da, wo jetzt unsere Lava ist. Verdammt. Da schon die Kante. Die Kanten kann ich ja leiden. Obwohl die Kante nicht so schlimm ist, weil hier wird eh alles dann mindestens Cleanstone oder irgendwas anderes machen, dass man solche Kanten da nicht sieht. Ich sehe mir ja auch nur, weil es Gras ist. Das größere Problem an der gesamten Geschichte ist ja, dass, wenn ich da jetzt Cleanstone dann hinmache, dass das dann einfach nicht so hübsch ist. Das heißt, ich muss von außen noch was machen und ich habe keine Fackeln mehr. Dann mal jetzt nur so eine provisorische Fackelsetzung. Und meine Behutsamkeitsspitzhacke gibt auch den Geist auf. Wir hacken in letzter Zeit ziemlich viel. Weniger bauen, mehr hacken. Oh, hier haben wir noch eine Fackel. So. Ja, da oben wird dann wieder so ein bisschen Glas und wahrscheinlich auch wieder, ähm, also wieder dieser Glowstone-Glas-Mix kommen. Ja, gefiel mir ja eigentlich über der Farm ganz gut. Die Frage ist, ob ich jetzt über die Farm... Ist das eigentlich schon hingebaut, oder habe ich das nur erzählt, dass ich das da hinbaue? Hm. Fragen über Fragen. Naja. Können wir ja gleich mal gucken, wenn mal Fackeln holen gehen. Weil Wasser wollte ich ja da mal drauf tun. Deswegen habe ich ja eigentlich auch das Zeug da hin gemacht. Damit man dann einfach, äh, besser sieht. Und weil eigentlich die Pflanzen weiter wachsen können, obwohl Wasser drüber ist. So, gleich haben wir den Bereich fertig. Dann geht's ums Gestalten. So. Und weiter geht's. So. Fertig. Wie viel Licht ist hier in der Mitte? Acht. Bietet jemand weniger als acht? Ich glaube, ab sieben sporen die. Aber aus Sicherheit. So. Erstmal trotzdem nach Erde hin. Geht grad schneller. Was ist das denn? Dacht ich, ich wäre fertig. Jetzt bin ich fertig. So. Eins, zwei, drei. Hallo. Okay. Weg. Weg, 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 weg. Weg, weg, weg. So. Haben wir da noch eine Kante dran. Kriegt man eh nie natürlich in. Und zu. So. Haben wir das Problem. Geklärt. So, das war unsere Markierung für... Auf Glas nach oben. Gut. Ja, kann man nicht graben. Vielleicht ein Zeichen. Ah, müsste ich mir mal Gedanken machen, ob wir da ein Zeichen reinmachen. So als Symbol unserer Macht. Ähm. So, ziehen wir mal hier mal ein bisschen was ein. Das noch. Nicht eigentlich zusammen. Habe ich eh genug. Habe ich eh genug. So, genau. Noch ein paar Steine. Ja, die auch leider. Und noch mehr Cleanstones da reinpacken. Nee, nur Cleanstones. Danke. Zack, zack. Und Erde auch mal ein bisschen ausdünnen. Nein, es ist Kies. Da ist die Erde. Das da, das da, das da. So. Will ich auch gleich da reintun können. Eisen erst da rein. So, und das da rein. Schon wieder Nacht? Süß, schon wieder Nacht. Oh, guck mal. Ah. Why do you know things? Ach, das sieht doch hübsch aus. Auf jeden Fall. Kann man ja hier nochmal abernten. Du, 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 du. Und ein paar Samen. Und dann wieder neu gepflanzt. Ja, habt ihr lange nicht gesehen. Und, äh, weil ich wollte jetzt eigentlich weiterbauen und ganz lange aufnehmen. Aber ich glaube, ich mache jetzt erstmal ein kurzes Aufnahmeprojekt. Weil, ich habe Hunger. Einfache Sache. Ich habe Hunger. Äh, so. Warum nicht was essen, ne? Ich muss ja hier nicht Hunger leiden für euch. Das muss ja nicht sein. Ein hungriger Let's Player, äh, Let's Play bestimmt auch schlechter. Ich habe jetzt keinen empirischen Beweis dafür. Aber das ist jetzt einfach mal eine Theorie, die ich aufstelle. Weil hungrige Menschen an sich bestimmt immer schlechtere Arbeit abliefern als nicht hungrige Menschen. Daneben. So. Und so. Und hier, da, oben, links, oben, unten. So. Die Reste da rein. Vielleicht nochmal für das zwei Mal. Machen. Zieher. Inventar leer. Pum. Ne, nicht ganz so voll, weil wir haben ja nur zwei kleine Felder. Dafür ernte ich das öfters ab. So, die da rein. Und da nehmen wir mal mit. Zack, zack. Noch irgendwas. Hier zwei Pfeile noch. Halt. Zwei Pfeile. So. Dann Fackeln brauchen wir mal. Schienen brauchen wir da nicht. Das machen wir viel später dann, wenn das alles erstmal gegraben ist. So, was wollte ich noch holen? Das Elensand. Ne, aber vielleicht mit den Nässerziegeln. Kann ich das sowas? Nässerziegeln bauen. So als Untergrund. Kann man davon Half-Steps machen? Nein, aber in Treppen. Half-Steps nicht. Schade. Ich mag Half-Steps. Weil gerade bei einer Zugverbindung sieht es einfach besser aus, wenn man so einen... Habe ich gerade... Ja, hier. Ich will nur einen. Ja, wenn das hier so ist und direkt daneben die Schiene ist... Ja, dann kann man da drunter irgendwas anderes machen. Und hier hat man zum Beispiel Holz. Aber Holz will ich nicht nehmen, weil Holz haben wir auch schon viel zu oft genommen. Ich will irgendwas anderes nehmen. Das geht doch nur damit, Mann. Ist zwar sinnlos, aber ist halt so, dass es so ist. Hä? Gut, Gold haben wir auch relativ genug, damit wir auch die Speedbar... Bahn-Dinger da machen. Dann muss ich mir noch überlegen, mit welchem Untergrund wir da arbeiten. Äh, Plotterstein nicht. Gibt's eigentlich von... Nein, von den Dingern? Kann man da raus? Half-Steps machen? Wohl, die sehen nicht so toll aus, oder? Aber es geht immerhin. Wohl, die sehen nicht so schlecht aus. Ah, sieht eher so aus wie ein Dungeon dort oder halt bei der Burg. Die hier wären am besten, aber die will ich nicht nehmen. Das hat bestimmte Gründe. Das wird mir wieder Dinge vorgeworfen. Obwohl, kann mir auch egal sein. Genau, ist mir egal. Wir nehmen die normalen Half-Steps. Wenn irgendjemand damit ein Problem hat, wisst ihr... Zwieg ne Nummer. Sag ich jetzt einfach mal so. Was ist mir dann eigentlich relativ... Ah, die Erde muss ich auch mal wegmachen. So, jetzt haben wir das abgefahren. Wir gehen jetzt nochmal schlafen. Und dann werde ich mir mal was zu essen machen. Und im nächsten Part werden wir dann weiter am Bahnhof bauen. Los! Und zack. So. Dann sag ich, bis zum nächsten Part. Bis dahin. Schöne Tage, schöne Ferien, schöne Ostern. Keine Ahnung, was gerade bei euch ist. Wenn ihr das guckt, das könnt ihr ja sonst irgendwann sein. Wenn ich es hochlade, würde ich euch nur sagen können. Äh, fröhliche Pfingsten wahrscheinlich. Also, es sind noch nicht, aber... Komm, als nächstes. Also, fröhliche Pfingsten. Falls ihr das seht. Und, weiß nicht, wenn ihr nächste Season dann kommt. Dann werden wir auf jeden Fall hier weitermachen. Also, bis dahin. Tschüss. Tschüss. Musik Musik